Nichts überstürzen, ruhig und langsam. Hey, kommen Sie schon, Mann! Ich muss zur Arbeit! Das müssen die auch. Geht das nicht schneller? Augenblick mal. Zurück in die Erde, los! Hey, hab ich euch Kindern nicht gesagt, ihr sollt pflügen? Aber Dad, wir haben schon den ganzen Tag gepflügt. Ja, ich kann nicht mehr weiter pflügen. Ich kann kaum noch laufen. Auch wenn es euch schmutzig erscheint, aber du musst deinen Samen verstreuen, bis der Sack leer ist, Chris. Und Meg, du musst deine Furche so vorbereiten, dass er möglichst tief reinkommen kann. Okay, außerdem liegt noch eine lose Latte im Schuppen. Was mache ich damit? Tja, wenn so eine Latte hat, muss nageln.